kleines tennis der tennis podcast mit geschichten aus dem amateurten es kleines tennis dezember 2020 wenn ihr das hört merkt ihr dass ich doch nicht so ganz das headset liegen lassen konnte und noch mal ein paar wörter loswerden wollte kurz bevor wir in das neue jahr starten denn das jahr 2020 war ja auf vielen ebenen sehr sehr ungewöhnlich wir hatten ja alle auf verschiedensten ebenen mit der corona krise zu kämpfen insbesondere natürlich auch beim tennis war war man nicht davor geschützt der einschränkungen hinnehmen zu müssen und nebenbei habe ich ja diesen podcast hier gestartet mich auch recht aktiv hat dem tennis gewidmet dieses jahr und dachte ich mache mir noch mal so einen kleinen persönlichen jahresrückblick für die leute die das interessiert das ist eine kleine bonus folge zwischendurch ist noch nicht das neue format oder doch vielleicht schon das format was man kennt mit road to lk 22 wo ich einfach so ein bisschen erzähle was bei mir so los ist bloß heute ohne lk 22 sondern einfach nur mal mit einem rückblick auf das vergangene jahr und da würde ich erst mal mit dem podcast anfangen denn der podcast ist ja das ja das medium was ich hier gewählt habe um ein wenig mehr den tennissport in irgendeiner form voranzubringen insbesondere halt den amateurtennissport um hier ein paar interviews zu führen mit ganz ganz vielen leuten wenn ich mich nicht verzählt habe sind es jetzt 27 interviews die ich geführt habe plus die paar road to lk 22 episoden das waren glaube ich neun stück oder so und da ist dieses jahr dann doch ganz schon was zusammengekommen wenn ich überlege dass ich ja also natürlich mein ursprüngliches ziel nicht erreicht habe dass ich jeder lk abarbeiter am besten noch vor der lk reform dass er das ursprüngliche ansinn so ein bisschen hinfällig gemacht hat das ist aber hat sich als nicht so tragisch herausgestellt weil ich halt gemerkt habe dass man mit jedem oder mit jeder ganz tolle spannende gespräche führen kann die natürlich schwanken in der ich will sagen in der qualität doch klar in der audioqualität je nachdem wie gut vielleicht die internetverbindung war natürlich auch in der moderatorenqualität das ist nicht so dass ich bei jeder folge denke bohr heute warst du gut drauf und das richtig gute fragen gestellt da gab es ganz oft auch mal welche wo ich gedacht habe war vielleicht nicht optimal da das noch mal besser nachfragen können und so weiter aber insgesamt habe ich bei dem podcast thema für mich noch mal einiges dazu gelernt also ich mache das ja jetzt auch schon viele viele jahre ich habe 2015 mit einem fußball podcast angefangen und bin jetzt halt hier unter anderem auch mal beim tennis gelandet und habe da gemerkt dass ich darüber die jahre auch ja für mich so einiges dann verändert hat wo man sich mehr gedanken macht über ja über das was ja wie stellt man fragen wie bereitet man sich auf solche sachen vor und da habe ich auch für mich so einige sprünge gemacht wo ich auch denke und hoffe dass die die qualität meiner fähigkeiten hier einigermaßen zugenommen hat und dass man das nach wie vor noch gerne hört und auch in zukunft weiter gerne hören wird ich hatte ja zwischendurch schon die angst dass sich das format so ein wenig abnutzt weil also die geschichten ich will nicht sagen wiederholen sich aber natürlich treten immer wieder bekannte muster auf also die leute kommen ja oft in irgendeiner pause mal beim tennis spielen oder viele haben auch einen ähnlichen beginn beim tennis spielen und auch viele tennis vereine sind vielleicht doch gleicher aus als man sich das denken würde aber gerade so die letzten folgen von der zweiten staffel die ich jetzt aufgenommen habe habe mir so ein bisschen das gefühl vermittelt wo ich mit den leuten am geredet habe das und die interviewt habe dass das eigentlich nie so wirklich langweilig wird auch wenn sich sachen wiederholen jeder erzählt ja die geschichten doch so ein bisschen anders ein paar nuancen verändern sich und jeder hat dann doch so persönliche anekdoten die dann einzigartig sind also das ist ja das was mir hier aufgefallen ist dass es ja ganz viele leute gibt die sachen erzählen mit denen ich dann irgendwie noch so gar nicht gerechnet habe bevor ich angefangen habe quasi mit den leuten zu sprechen ja sei es irgendwie die die doppelfehler episode mit mit meike die von ihren ja fehlern bei in anwesenheit von peter graf gesprochen hat oder dann die spannenden themen wenn ben uns erzählt hat was bei beseitungen zu beachten ist also da gab es für mich so ganz viele neue inputs und dies kriege ich quasi auch in jeder in jeder aufnahme irgendwie neu also ich will ja bewusst immer so eine art spezialthema aus oder bin bestrebten spezialthema zu finden mit meinen gästen und das ist eigentlich jetzt die ersten ja über 20 episoden oder fast 30 episoden auch sehr sehr gut gelungen zumindest in meinen augen also ich fühle mich aktuell mit dem format sehr sehr wohl wert weiter glaube ich diesen zwei wochen rhythmus ein bisschen beibehalten und auch diesen ja diesen staffel zyklus ein bisschen weiter nicht forcieren sondern weiter nutzen dass ich sage hier bis dann und dann ist halt die am staffel gelaufen und dann gibt es mal einen cut auch eine pause die ich brauche weil das habe ich auch gemerkt ich brauche zwischendurch mal eine pause und dann geht es einfach weiter mit ja mit der nächsten staffel mit mehr interessanten leuten und dann schaut man wie sich das ja insgesamt so weiterentwickelt also da bin ich zumindest gerade so dass ich auch vielleicht sage eine staffel ist immer eine winter- oder sommersaison ich meine die erste staffel lief jetzt quasi vom winter ich habe im februar angefangen bis halt ende der sommersaison 2020 vermute aber dass ich jetzt wenn die wintersaison vorbei ist also zum wann haben wir den cut ich glaube ende märz genau dass ich da dann sage okay jetzt ist auch staffel zwei vorbei ich mache einen monat pause oder so und dann geht es weiter mit staffel drei und für all diejenigen die das neue intro nicht so gut finden da wird es dann denke ich mal auch mit jeder neuen staffel vielleicht neues intro geben damit da immer ein bisschen abwechslung da ist und man sich aufregen kann über das neue intro oder das neue intro vielleicht ganz gut finden kann ich bin da so ein bisschen am experimentieren man merkt vielleicht auch dass ja dass das auch nicht unbedingt der fokus sein sollte meine podcast denn das intro ist nicht der hauptteil sondern das was dazwischen ist und da hoffe ich dass wir dann alle dann mit regelmäßig wechselnden intros leben können ja also das wäre so ein bisschen die die podcast geschichte auf mir liegt am herzen ich bin ja jemand der sagt eigentlich oder dass ich damit konsequent mit diesem podcast hier kein geld verdienen möchte meine unkosten eigentlich auch nicht unbedingt reinholen möchte es gibt ja leute die spenden einsammeln oder was in der paywall packen oder wie auch immer das ist bei mir eigentlich ausgeschlossen also streicht das eigentlich das ist bei mir ausgeschlossen bei kleines tennis podcasten ist für mich immer ein hobby gewesen und wird denke ich mal auch immer ein hobby für mich bleiben das einzig wichtige ist mir dass ja leute das gut finden und sich das anhören also so blöd das auch klingt das nehme ich mal die anleihe bei bei theater schauspielern oder leuten die auf der bühne stehen deren lohn ist ja sagt man immer der applaus ich meine klar die müssen auch geld verdienen um davon zu leben und das ist auch richtig und wichtig aber bei mir ist das nicht nötig dass ich geld dafür bekommen ich möchte einfach nur dass die leute sich das anhören gut finden und dann halt das mal ja positiv bewerten also sei es jetzt bei ja natürlich bei apple podcast oder bei irgendwelchen anderen bewertungsplattformen aber vor allem dass man mir vielleicht persönlich schreibt dass man die sache gut findet dass man kritik anbringt was besser gemacht werden kann aber mir auch ja sagt irgendwie ja das gefällt mir was ich hier höre die interviews und cool macht die bitte so weiter oder mach noch mehr oder mach weniger oder wie auch immer dass das möchte ich gerne von euch irgendwie hören und dass ihr vielleicht das auch weiter empfehlt an leute die auch am podcast hören oder dem tennis sport zugeneigt sind weil ich habe für mich schon mal so gedacht gibt ja irgendwie so 9000 tennisvereine in deutschland und wenn jeder tennisverein ein mitglied hat was diesen podcast hört da wäre ich doch ganz froh darüber wenn das irgendwie kommen so kommen würde ich meine das ist natürlich illusorisch aber trotzdem würde ich mich freuen wenn irgendwie ja noch mehr davon hören würden weil ich glaube dass die geschichten die ich erzähle und auch die länge die damit einhergeht es ist ja oft um die stunde lang so ein interview dass das auch für viele zu machen ist und für viele für ja unterhaltung sorgt also da ist so ja persönlicher einblick hier bei mir das ist mein herzensanliegen dass da vielleicht noch ein paar mehr leute auf diesen podcast kommen weil das mich am meisten motiviert also gerade von dem feedback das drumherum davon lebt hat dieser podcast für mich auch also deswegen ja mache ich das so gerne plus halt natürlich dass ich gerne mit leuten spreche und auch gerne meine eigenen anekdoten erzähle aber das wäre gelogen wenn ich sagen würde dass das kein faktor für mich ist wie viele leute sich das anhören ob ich da motiviert ewigkeiten weitermache oder ob ich dann irgendwann merke wenn leute da weniger zuhören oder weniger daran interessiert sind dass dann irgendwann vielleicht auch mal der cut kommt weil ich dann sage nee dann ja mache ich doch vielleicht ein paar andere sachen mehr beim tennis sport und da würde ich jetzt mal elegant überleiten zu den sachen die ich noch beim tennis gemacht habe in diesem jahr denn 2020 ist das jahr wo ich bei mir hier im tennisverein ja das erste mal ein komplettes jahr mitglied war ich bin letztes jahr glaube ich im bohr april mai oder so mitglied geworden nachdem ich halt hier nach hilden gezogen bin und habe halt dann dieses jahr also deutlich aktiver noch mal die sache angegangen als das jahr davor sie haben auch schon 2019 recht viel recht viel gespielt aber 2020 wurde es dann noch mal deutlich mehr was ich auch gemerkt habe am ende der sommersaison dass ich meine handgelenksprobleme hatte die inzwischen eigentlich ganz gut auskuriert sind durch warten und schonen aber das ist halt wo ich gemerkt habe ich bin nicht mehr der jüngste ich bin es auch schon 33 und ich kann halt nicht so viel tennis spielen dass ich ja wie ich lust drauf habe oder lust drauf hatte dieses jahr da habe ich dann irgendwann doch die grenze gemerkt und mich da auch wirklich ja vielleicht ein bisschen zu sehr ausgepowert aber ich hatte dann irgendwann dieses ziel die lk22 zu erreichen und habe dann angefangen turniere zu machen und habe ja gerade auch beim letzten turnier im letzten mensch meinen letzten sieg geholt um grad so noch aufsteigen zu können und da hatte mein handgelenk schon deutlich alarm gemacht aber das war dann irgendwie noch mal nötig auch wenn es vielleicht ungesund war und dann ich in der zukunft das nicht mehr so machen würde aber das war für mich noch mal sportlich so ein schritt wo ich gemerkt habe ich bin zwar kein guter spieler also ich bin nach wie vor der der mensch den ihr den ihr nicht auf dem platz haben wollt der euch mondbälle zurückspielt und euch damit zur weißglut bringt aber ich habe spaß daran ich habe auch spaß daran danach mit den leuten darüber zu reden wie hat das spiel so war weil man ja auch merkt wie das so ankommt und die meisten das natürlich wissen dass das anstrengend ist gegen jemanden wie mich so zu spielen vor allem wenn es einige einigermaßen ausgeglichen ist aber das ist die ja das hat mich auch sehr gefreut dieses jahr diesen sportlichen wettkampf wieder aufzunehmen und dabei auch wirklich tolle duelle gehabt zu haben auch tolle gegner gehabt zu haben die das auch ja eigentlich auch mal sportlich genommen haben je nachdem wie es ausgegangen ist ich bin ja sowieso immer ja recht entspannt glaube ich was das angeht gut ich hatte noch keine super knappe niederlage ich weiß nicht ob ich dann ein bisschen geknickter wäre als vielleicht sonst aber eigentlich bin ich ein würde ich sagen recht fairer sportsmann also die die gegen mich vielleicht mal gespielt haben können das bestätigen ja und da bin ich quasi auch persönlich noch mal gewachsen was das sportliche angeht und hatte da eine sehr sehr geile saison trotz der corona einschränkungen die waren ja im sommer nicht so stark aber da konnte ich dann doch wirklich einigermaßen normal dem besten sport der welt nachgehen und habe da für mich auch noch mal größere schritte gemacht die ja die die dann an mir gezeigt haben dass es richtig war wieder voll in diesen sport einzusteigen den ich ja dann doch recht lange pausiert habe oder dann auch die jahre 2016 bis 2019 nur so halbherzig betrieben habe nur eine stunde pro woche oder 2017 bis 2019 war es glaube ich aber dann auch immer nur eine stunde pro woche und das jetzt noch mal ein bisschen ausgeweitet wurde und das mir auch gesundheitlich glaube ich gut tut und auch ja für die soziale interaktion weil beim tennis kann man ja dann doch beliebig nette leute kennenlernen und das ist mir auch ganz gut gelungen ja und natürlich das spiel des jahres der oder die jenige die die road to lk 22 gehört haben werden wissen das ist mein erster medienspiel mein erster lk turnier erfolg in düsseldorf war das glaube ich war wo ich nach dem jahr 6 zu 1 im ersten satz 0 zu 6 den zweiten satz verloren habe und dann im matchday break mit 12 10 gewonnen habe nachdem ich sechs match bälle abgewehrt habe fünf davon am stück und ja hat das wird wahrscheinlich für immer in erinnerung bleiben und das highlight für mich im jahr 2020 gewesen sein low light gab es bestimmt auch ich würde sagen das war mein zweites lk turnier in hilden wo ich beide spiele verloren hatte und auch recht deutlich verloren hatte und eigentlich die hoffnung hatte dass ich in dem ja in dem turnier in hilden dann mein aufstieg in die lk 22 hinbekommen würde aber das leider da nicht geklappt hat aber ja das war so ein bisschen die enttäuschung des jahres für mich persönlich aber bin ich drüber hinweg gekommen habe ja dann eine woche später oder zwei wochen später das korrigiert ja und abschließend ist noch vielleicht so ein bisschen zu erzählen von dem drumherum denn ich bin ja neuerdings auch ehrenamtlich tätig ich bin ja inzwischen pressewart bei mir im verein und mache da so ein bisschen die öffentlichkeitsarbeit also komme ich um die website um die newsletter um social media und das ist eine sache die ja die macht mir halt spaß also ich bin da jemand der geht da irgendwie doch recht gut darin auf also nicht dass ich da besonders gut bin oder besonders ausgebildet darin bin aber durch blog und podcast im fußballkontext habe ich da schon so ein bisschen erfahrung gesammelt und bringe das glaube ich ganz gewinnbringend bei uns im verein mit ein weil so eine öffentlichkeitsarbeit da hatte ich auch mal einen podcast hier jemanden zu gast ich weiß leider nicht mehr wer es war der mal auch betont hat wie wichtig das ist dass ein verein präsent ist gerade wenn man sich um ja mitglieder bemüht und möchte dass leute zu einem kommen dann muss man präsent sein dann muss man wenn man tennisverein in der und der stadt sucht muss man da am besten oben gerankt sein man muss aktiv sein muss auf der webseite aktuell sein und zeigen hier wir haben angebote für jede altersklasse für männlich für weiblich für junioren und für ganz alte senioren bis ins höchste alter und das ist mir da bewusst geworden wie wichtig das auch ist weil wenn man so liest ja man ist pressewart ja okay was macht der schon da ist der sportwart und der der oder die erste vorsitzende vielleicht noch mal deutlich wichtiger und natürlich sind die mindestens genauso wichtig aber als ein pressewart ist die öffentlichkeitsarbeit ist nicht zu unterschätzen und ich bin da auch noch ja frohen mut ist dass ich da noch ein paar innovativere dinge vielleicht einbringen kann ich habe natürlich ein bisschen mit audio experimentiert bei k turnieren und bei medienspielen so ein bisschen interviews mal eingeholt damit man mal auch so ein paar stimmen hört damit man wie gesagt einfach was zeigt und da werde ich auch 2021 dann versuchen das weiter voranzubringen und ja blicke eigentlich auf ein jahr was vor mir liegt was wirklich noch mal viel action beinhalten wird ich möchte gerne medienspiele mitmachen wenn das irgendwie möglich ist lk turniere wieder bestreiten und das neue lk system mal auf herz und niere prüfen und gucken ob ich mich vielleicht noch weiter verbessern kann und natürlich will ich auch das kleine tennis am voranbringen und das wird hoffentlich am klappen und wenn ihr mich dabei unterstützt dabei begleitet sei es auch in den sozialen medien bei twitter und instagram findet ihr kleines tennis unter genau dem namen oder wenn ihr mir eine e mail schreibt an stefan at zweitprojekt.de dann ja freue ich mich konsequent darüber wenn ihr das macht das bringt mich wirklich dann weiter voran und motiviert mich und ich hoffe dass ich ja das jahr 2021 privat ja vielleicht ein bisschen besser läuft wenn corona weg ist als vielleicht dieses jahr und vor allem dass es tennismäßig ja fast genauso läuft weil ich hatte wirklich ein recht gutes tennis jahr was echt spaß gemacht hat und wenn das so weiter geht mit den ja säulen am tennis sportlich und ehrenamt dann kann ich mich eigentlich nicht beschweren also das ist wird hoffentlich so sein und ja bleibt mir nichts zu sagen dass ihr mir vielleicht auch noch mal schreiben könnt mitteilen könnt was ihr euch so fürs jahr vorgenommen habt was ihr wie auf das jahr zurückblickt schreibt mir gerne auch wenn ihr vielleicht noch mal bock habt bei mir im podcast zu gast zu sein oder eine idee habt wer dabei sein kann da wäre so ein größeres ziel dass ich auch mal altersstruktur mäßig mal deutlich nach oben gehe der älteste ist glaube ich in den 60ern geboren aber wenn ich mal so leute aus den 50ern noch irgendwie kriege die also wirklich schon lange tennis spielen wirklich ja in anführungsstrichen sehr alt sind so blöd das jetzt auch klingt die sagen wir mal eine reichhaltige erfahrung beim thema tennis haben vielleicht noch mit holzschläger in nur in weiß gespielt haben wo der tennissport noch ganz anders aussah wenn ihr da tipps habt da bin ich super dankbar für wenn da irgendwas zustande kommen könnte weil ich glaube da ist noch ganz viel potenzial für noch viele weitere spannende tennis geschichten die noch auserzählt werden müssen und ja also wenn ihr mir da noch was liefern könnt da freue ich mich umso mehr damit die ja kleines tennis community irgendwie größer wird und noch mehr leute davon erfahren und dann wird es vielleicht irgendwas auch irgendwann wird es vielleicht dann auch etwas mit dem ja traum des kleinen tennis turniers was wir irgendwo mal stattfinden lassen als lk turnier wo wir uns dann alle treffen können ja und mit diesen worten und mit dieser mit diesem traum und mit der aussicht auf ein gutes jahr 2021 verabschiede ich mich hier wünsche euch einen guten rutsch ins neue jahr habt ja einen soliden start darin und bleibt gesund passt auf euch auf und auf eure mitmenschen auf und dann hören wir uns dann natürlich im neuen jahr wieder und da freue ich mich ganz ganz doll drauf macht es gut macht es gut meine lieben